Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf meinem, ja, dritten Account. Ich habe einen Hardcore-Account angefangen. Wer damit nicht vertraut ist, das bedeutet letzten Endes, ich darf den Free Market nicht nutzen, die Trader nicht nutzen. Und muss alles selbst finden, wenn ihr die Regeln wissen wollt, wie sie genau aussehen. Ausrufezeichen Hardcore bei mir im Stream-Chat. Und da war ich auf Customs unterwegs, ja, wie könnte das auch anders sein? Neuer Account, man fängt auf Customs an und war da dabei, die Anfangsquests zu erledigen. Und wie das halt so ist, da muss man um sein Gear, ja, wirklich fürchten, sag ich mal. Man hat eigentlich viel, wenn man es verliert, ist es weg. Und ich habe mir die Runden davor schon ein bisschen was geschossen. Und eigentlich geht mein PvP aus dem Weg, aber in der Situation musste ich ein bisschen auf PvP eingehen, gezwungenermaßen. Und ja, war sehr unterhaltsam, weil ich tatsächlich wirklich ein bisschen am Schwitzen bin um das Gear. Und das dem Ganzen, ja, wieder einen ganz anderen Kick gibt. Und ja, hat Spaß gemacht und den Raid wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Ich bin übrigens neidzutäglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Forderter. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ey, shit. Schwankt es rum. Ein schreckliches Scope. Oh ja, Repair Kit, nice. Kann ich ja nicht mitnehmen. Der Account heißt ekelhaft. Der Name war noch frei. Tja, Handstand und Stream, ne? Überhaupt kein Thema. Ja, da hätte ich auch Ironsides nehmen können, ganz ehrlich. Da hätte ich wahrscheinlich mehr von. Ja, die Optik vorne, das wackelt echt wie so. Er ist besser. Das ist auch viel mehr, ne? Oh, da ist jemand. Egal, let's go. Shit, ich hätte ihm da... Ah, das machen wir gleich. Wir probieren's. Schießen wir uns ein bisschen Gier. Nee, ich hab nicht BP-Harmor. Ja, Pre-Pankillern auf dem Hardcore-Account. Überhaupt kein Thema. Oh, einer. Was hat er grad vor? Er war sich nicht sicher, ob ich da bin oder so. Keine Ahnung. Der passt noch. Er war sich nicht sicher, ob ich da bin oder so. Er war sich nicht sicher, ob ich da bin oder so. Die Rüstung ist definitiv Gold wert. Hab keine Ahnung, wie arg ich ihn getroffen hab. Problem ist, jetzt muss ich mit PS auch mal auf ihn losgehen. Und jetzt muss ich nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr. Es war sich nicht sicher. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße War etwas risky gelootet, ich will nicht lügen Ja, ich wollte dem eigentlich eine Granate snacken, aber er hat leider keine Ja, wie oft willst du es da noch hinladen? Ja Mein Gott, Junge Ja 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 Eher so der passive Spieler, ne? Kann ich sagen Gut, ciao Ich mein, was soll ich mich jetzt mit dem prügeln? Ich hab die Shotgun von seinem Mate Wir gehen einfach Gibt Schlimmeres Ah, ich muss noch die PS einmal vom Scaf holen Ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt da drin pushen? Ich hab doch schon Loot Achso, Moment Der dürfte da nicht rein So Hat er da keinen Rucksack? Ja, ne hat er nicht Er bleibt noch, ja Ja Er sondiert noch die Lage Ich mein, wenn er, ne? Habe ich die schon gelootet? Ich dachte, ich hab hier, egal Ach, das war ja die, ja, das war so ne Gexer, ne? Okay Ich glaube, wir gehen hier erst nochmal raus Ich hab halt keinen Splint, ne? Oh, hier war einer Da oben war das Da oben ist, ah ne ist noch da Ist gerade reingerendert Da ist es wieder Ich dachte schon, da wär einer gewesen, hätte sich das, ähm Ding gesnackt Achso, ich hab ja einen Splint Nevermind Ja, ja Ich hab keinen Splint Kapper Shit, mir geht los Das hier Die fuck ist bisschen, ne? Nur acht Ja, man kann sich auch mal verschauen Ich vergesse sonst immer nix, ne? Da kann das mal passieren Ich vergesse nie mein CMS, ganz genau Nein, 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 nein Nein Okay Ich dachte, der looted da jetzt irgendwo und ich kann ihn headshotten Ohne Taus Braumer, ne? Sogar sehr bald Ohne Taus Braumer, ne? Ich habe keine Das hier Das hier ist Oh Gott Bin tot Ja, oder auch nicht Der Kiel-Referant ist da Wie ist denn auf die Idee gekommen, dass ich ihn Na gut Ey Was ist locker Ähm Okay, Unlucky Wien Ja, er hätte ja auch Keine Ahnung Er hätte mich ja auch pushen können Ohne Mist, ne Ich hock neben ihm und nehm Painkiller und er pusht mich halt nicht Ich hab das Gefühl, den Typen hab ich die Runde schon mal getroffen So Ja, wow Die wollen mir das Gier ja geben, ne? Die Shotgun oder die Mutant Ich glaube, ich behalte die AD trotz alledem Ganz ehrlich Ich glaube, ich hau die Shotgun weg Also Scope upon, ja, ja, hast recht Ich hab die Hände Ich habe das Gier ja Ich habe das Gier gehalten, die Sand Ich habe das Gier gehalten, da habe ich ihn Muzzle-Brack für Gunsmith kann man mitnehmen, ja. Wie entleert man? Mit Steuerung T. Etwas umständlich, aber es geht. Ich habe es noch auf Steuerung T. Keine Ahnung, wie das... So Freundchen, was hast du noch für mich? Den Umständen nehmen wir hier M. Derzeit nehmen wir mit. Okay, wir gehen sowas von raus hier. So, wer hat letzte Runde gesagt, ich hätte den Mule mitnehmen sollen? Hätte ich mal den Mule mitgenommen. Kein Spaß. Ja, was zu essen wäre gut, das stimmt. Außer Schlüssel darf nichts in Alpha, ja, genau. Das Repair Kit, mhm, das holen wir jetzt auf jeden Fall noch, ja. Wir laufen eh Richtung Old Guest, ich schaue noch kurz hier oben nach, ob hier vielleicht noch ein Saliva liegt oder so. Oder Futter. Hashtag Streamer Loot, ja. Schade, kein Zerleber. Oh Mann. So eine Carpetery, ne? Na gut. Das ist... Hardcore, ja. Was mit heilen? Ähm, ich darf mich nach dem Raid heilen, habe ich beschlossen. Habe ich so für mich selber, weil ich verklick mich eh. Deswegen habe ich gleich gesagt, so, yo, ich heile mich selber dabei, Therapist. Denke auch nicht, dass das viel Unterschied macht. Ja, Hardcore. Im zweiten Anlauf läuft es ein bisschen besser. Also ich darf mich bei Therapist nach dem Raid heilen. Alles offen, nice. Dann sind wir dir, das ist der Da ist. Oh Gott. Das ist er. sieht der Dagnacke aus. Das ist der Da ist. Puh. Thä. Das ist das Egal. Da ist der Da ist. Fass. Das ist das Egal, die Da ist. Das ist da, Alter. Da ist das Woll結果, weil ich weiß. Ja, ja, das ist genau der Sandal. Das ist so nervig. Deswegen einfach nach dem Raid heilen. Ich klicke eh drauf. Von daher... Du spielst den Hardcore-Account, okay. Immer hier einen Vibe, okay. Zu wissen. Keine Ahnung, Hardcore habe ich jetzt locker ein Jahr nicht gespielt. Der hat noch eine Toss. Nein, ich brauche bloß eine. Was soll's? Nehmen wir auch mit. Noch ein Rucksack, stimmt ja. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Ich vergesse den Rucksack noch mitzunehmen. Ihr habt recht. Hat er hier draußen auch noch einen? Shit. Das ist nicht, aber PS-Ammor hat er. Drei Rucksäcke. Let's go. So. Leute, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mal Hallo, YouTube. Oder? Machen wir mal Hallo, YouTube. War doch für den Hardcore-Raid doch schon was los, ne? Warum nicht das 10 A-Frage-Werke-Werke-Statium-Splint? Aus bösem Willen, Jodos. Aus bösem Willen. So. Bullcamper-TV. Das war garantiert der, der da oben gesessen war. Garantiert. Macht mal Hallo, Hallo, YouTube im Chat. Bisschen Spam hier. Immer dieses, wenn man beim Looten was fährt. Warum droppst du das und nicht das? Du könntest da hier noch 27,5 Rubel sparen. Und da noch einen Slot rausholen. Wieso machst du das so? Weil ich es nicht gesehen hab. Zur Hölle. Gut. Mach mal hier wieder aus. Mal wieder aus. Mal wiederを. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. See you again, see you again.